Leichtgewicht Rollstuhl Litec bestehend aus Rohrahmen Aluminium Wird ausgeklappt, nach unten gedrückt, einsatzbereit Der Rollstuhl Litec wie auch Ecotec gibt es optional mit und ohne Trommelbremse für den Begleiter oder Begleiterin Was Sie noch zu tun haben vor dem Einsatz, Sie bringen die Fußstützen an und zwar von außen leicht niederdrücken, dann nach innen einrasten, hier leicht nach oben drücken bis die Fußstütze hier eingerastet ist und genauso machen wir es mit der linken Fußstütze von außen einführen leicht nach unten drücken und nach innen klappen bis Sie ein Geräusch hören, dass die Fußstütze eingeklappt ist Um bequem einsteigen zu können, können wir die Fußstützen hier nach oben klappen Hier haben wir noch die Feststellbremse für den Fahrer Greifreifen ebenfalls aus Aluminium Besonders hervorzuheben ist durch diese Konstruktion die besonders leichte Handhabung Füße drauf Gut Für den einfachen Transport im PKW Kofferraum können Sie die Reifen abnehmen Funktioniert leichter Druck auf die Achse und einfaches herausziehen Das sind unsere beiden Rollstühle Einmal sehen Sie hier den Litec Rechts davon den Ecotec Sie unterscheiden sich beide durch das Gewicht Litec rein aus Aluminium Wogegen der Ecotec aus Stahl besteht Gewichtsunterschied dadurch 9 Kilo Die Rollstühle Litec und Ecotec gibt es in vier verschiedenen Sitzbreiten Begonnen von 38 cm bis 51 cm Genauso die Ausstattung Gibt es optional mit Trommelbremse für den Begleiter Oder auch ohne Trommelbremse Speziell für die Verwendung zu Hause in der Wohnung Ausgestattet beide Rollstühle mit Greifreifen Für die Handhabung durch den Fahrer Ausgestattet Untertitelung des ZDF, 2020